Herzlich willkommen bei Videorezension.com. Mein Name ist Paul Kramer und ich bin in Florenza auf YouTube. Mein Kanal Video Check bzw. Test Deutsch läuft sehr gut. Die Zahlen dazu können Sie auf jeden Fall unter dem Video in dem Link zu Social Blade finden. Ich mache Reviews, Produkttests und führe diese auf YouTube vor. Diese Videos sind in meinen Augen ganz wichtig, weil der Kunde sich natürlich vorher informiert, wie das Ganze aussieht und funktioniert. Früher ging man dafür ganz einfach in den Laden, aber das geht heutzutage einfach nicht mehr so, weil im Laden, wenn man da hingeht, dann muss man das erst bestellen. Und deswegen läuft der Online-Handel auf jeden Fall richtig gut und das freut mich natürlich, weil das auch für mein Geschäft sehr gut ist. Wie läuft das Ganze? Was kostet das, wenn man ein Produkt auf YouTube von einem Influencer vorstellen lässt? Die meisten nehmen auf jeden Fall relativ viel Geld, gerade bei viel Reichweite. Bei mir ist es so, ich verdiene nur, wenn ich auch verkaufe. Das heißt, Sie schicken mir eine E-Mail mit dem Link zu Ihrem Produkt. Ich gucke mir das Produkt an. Ist das was? Passt das zu mir oder kann ich darüber was erzählen? Dann schreibe ich Ihnen eine E-Mail zurück und sage, das ist okay, meine Adresse haben Sie ja und da können Sie das Ganze dann hinschicken. In der Regel dauert das zwei Wochen. Bis dahin ist der Artikel dann auch auf YouTube in einer Review, in einem Test erschienen. Und das ist auf jeden Fall so das Modell, was ich anstrebe. In dem Video, was dann online ist, ist da drunter ein Link. Das ist ein Affiliate-Link. Bei Amazon beispielsweise bin ich Affiliate-Partner und bekomme dann meine Umsatzbeteiligung. Die liegt zwischen 1 und 10 Prozent. Die müssen Sie aber nicht bezahlen. Die sind bereits in den Amazon-Verkäufer-Kontokosten schon eh mit drin. Und von daher eine ganz tolle Sache. Sie brauchen mich nicht bezahlen. Ich brauche mir das Produkt nicht kaufen, weil Sie mir das schicken. Und ich kann es vorstellen. Manche Firmen möchten gerne das Produkt nach der Review wieder zurückhaben. Ist gar kein Problem. Wenn das so ist, einfach den Rücksendeschein, ausreichend frankiert natürlich, mit in das Paket reinpacken. Und dann schicke ich Ihnen das Ganze hinterher zurück. Der Vorteil ist natürlich, lassen Sie das Ganze hier in der Firma. Dann haben Sie den Vorteil, dass es eventuell nochmal in einem Video mit auftaucht. Oder kombiniert wird mit anderen Sachen. Und dann wieder verlinkt wird und noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was bringt einem diese Aufmerksamkeit? Ganz klar, man wächst auf jeden Fall im Ranking. Bei Amazon beispielsweise, umso mehr Traffic von außen, umso mehr oder besser, höher wird das Produkt dann auf Amazon auch gelistet. Mehr Aufrufe, umso interessanter ist das Produkt natürlich. Und deswegen sollen das mehr Leute sehen. Und so hat man also die Verkäufe über das YouTube-Video generiert. Und hat noch zusätzliche Verkäufe, weil das Produkt besser rankt. Warum nehme ich für meine Reviews kein Geld? Ich möchte nicht den Text Werbung oben im Video stehen haben, weil ich möchte über das Produkt erzählen, wie ich es sehe, wie es funktioniert. Und das gelingt mir bis jetzt auch immer ganz gut. Das sieht man zumindest an den Zahlen, die ich erreiche. Und ich kann von diesem Affiliate leben. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Der Kunde wird informiert. Das ist super wichtig, dass der Kunde weiß, wie etwas funktioniert. Der Verkäufer hat nicht viel investiert, außer Porto und vielleicht das Produkt, wenn es bei mir verbleibt. Und ich habe den Vorteil, ich habe mehr Ansporn. Denn wenn ich vorher für irgendetwas Geld bekomme, dann habe ich gar keinen großen Ansporn, noch irgendwie ein Video zu machen. Aber wenn ich mir sage, hey, ich mache das Video so toll. Ich zeige den Leuten auf YouTube, wie geil dieses Produkt funktioniert oder was mir daran gefällt. Es gibt natürlich auch manchmal ein paar Schwachstellen. Und da sollte man auch immer ehrlich bleiben. Denn Authentizität ist das Wichtigste auf YouTube. Denn wenn man die verliert, dann verliert man auch die Glaubwürdigkeit. Sie fragen sich, wie viele Aufrufe sind mit so einem Video möglich? Eine halbe Million, 200.000 oder 5.000. Das kommt immer ganz auf das Produkt drauf an. Und wie das Ganze überhaupt auf YouTube ranken kann. Ich habe natürlich seit über 10 Jahren Erfahrung mit YouTube. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Zwischendurch ändert sich natürlich der Algorithmus. Aber im Prinzip ist es so, dass 90% der Videos, die ich mache, auf die erste Seite bzw. auch auf die ersten Plätze bei der YouTube-Suche erscheinen. Die Aufrufezahl der Videos ist nicht immer entscheidend, wie viel man verkauft. Beispielsweise habe ich ein Video über den Ofenventilator. Das hat relativ wenig Aufrufe, aber eine sehr hohe Verkaufszahl. Sprich, wir haben im Monat 50 bis 70 Verkäufe von solch einem Ofenventilator über meinen Link. Zusätzlich natürlich nochmal die Verkäufe, die nicht qualifiziert sind und die über die Amazon-Seite gehen. Und für solch eine Werbung würde man auf Facebook viel, viel Geld bezahlen. Und ich finde, solch eine Werbung ist cooler und auf jeden Fall viel, viel nachhaltiger. Ich würde sagen, starten wir. Sie schreiben mir einfach eine unverbindliche E-Mail mit Ihrem Produkt. Am besten einen Link. Ich gucke mir das Ganze an. Ich antworte Ihnen mit Ja oder Nein und sage, was man damit machen könnte und gebe Ihnen meine Adresse. Punkt 3, Sie schicken mir das Produkt, wenn gewünscht, mit Rücksendeschein. Punkt 4, ich mache das Video, verlinke das Ganze und Punkt 5, wir warten. Bei Videos ist es wie mit Wein, umso älter, umso besser. Manche Videos ranken sofort, manche brauchen bis zu einem Jahr. Das ist ein Produkt, das dem Verkäufer hilft, das dem Käufer hilft und das auf jeden Fall den Kunden hilft. Und das ist das Wichtigste, Kundeninformation und dafür ist VideoCheck, Produkttest Deutsch oder ich, Paul Kramer, auf jeden Fall da. Also, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dann, euer Paul Kramer. Ciao.